Musik Ja, wir sind jetzt da direkt hinter der Schule im Feld und wir haben da eine wunderbare Läupe und wir haben das erste Mal Schnee, richtig Schnee gekriegt und nutzen das gleich, dass wir da auch ein bisschen Langlaufrunden drehen. Wir haben eine super Ausrüstung in der Schule und das geht ganz unkompliziert. Wir ziehen uns an, wir sind in fünf Minuten bereit und ready zum losstarten. Ja, was will man mehr bei dem toller Wetter an der frischen Luft, Bewegung in der Früh, einfach tiptop. Musik 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 Also ich habe es zwar schon mal gemacht, aber es ist nicht meine Sportart, ich bleibe lieber beim Skifahren. Also ich mache es jetzt zum ersten Mal und es macht ziemlich Spass, aber es ist ja gut kalt. Hier könnt ihr ein wenig zum Ausbalancieren verwenden, aber nicht so zum Anschieben. Anschieben könnt ihr mit dem Fußstoff. Oh, oh! Oh, oh! Ich finde das voll cool, dass Männer bei der Schule langläufig sind, das hat nicht jede Schule. Es verhilft uns zu einem wunderbaren, abwechslungsreichen Sportunterricht. Von der Temperatur her ist es... Es geht super. Ja, mit Königem her ist es nicht zu kalt. Mit Händschern und Kappen geht es gut. Ja. 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 Da. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017